ja ja meine lieben wir sind in der perle die perle mit dem super design und die türen sind schon wunderschön und die die zwei zimmerwohnungen sind nicht klein im vergleich zu anderen zwei zimmerwohnungen ich hatte ja neulich 1 2 1 2 1 2 halb so groß und auch vom design hier das ganze gebäude ist mega und der aufzug ist gerade ausgeschalten deswegen ich wollte eigentlich heute paar wohnungen oben filmen fortschrittsbericht und also pool wird jetzt langsam und noch viele grün pflanzen und büsche müssen noch her und vom design her wisst ihr wer meine videos verfolgt hier vom design hier mega mega design und das ist so wir haben hier einige vorteile ja einige vorteile erster vorteil wenn jetzt jemand zum beispiel eine wohnung sucht zum mieten zum kaufen dann läuft er hier entlang und sieht halt diese gebäude oder diese gebäude schauen ja auch nicht schlecht aus ja aber dann sehen sie halt unser gebäude unsere perle und dann sagen sie natürlich ich will lieber hier kaufen wasserstrom und die einbauküchen sind schon da ausstatten muss man es selber und jetzt vom ein investor die letzte wohnung zeige ich euch jetzt die zu verkaufen wäre und hier wir haben hier zwei aufzüge beide grün aber wir tun gerade hier alles bereit machen dass meine kunden rein können und grund bücher sind jetzt dann soweit also macht euch bereit von einigen habe ich ja die vollmacht das kann nicht dann selber machen von einigen müssen her fliegen und diese wohnung ist zu verkaufen ja diese wohnung ist zu verkaufen eine wunderschöne zwei zimmer wohnung und mit allem was sie sieht und er zwei jahr garantie auf alle elektrischen sachen eine klimaanlage kommt doch rein eine nagelneue und mit heizfunktion inverter und das wäre die aussicht hier wird zwar gebaut aber wir haben trotzdem noch bergblick und da hinten haben wir auch noch bergblick hier ist der gemeinschaftsparkplatz hier wird noch gearbeitet kanalisation ist auch schon fertig wie schon gesagt vom design her mega und ein weiteres positives ist dass hier im haus fast nur kunden von mir wohnen also wenn mehr als 50 prozent sind haben sie die entscheidungsgewalt und hier kommt dann die klimaanlage her im schlafzimmer wollen viele leute keine klimaanlage deswegen machen wir eine hin die dann auch ausreichend ist für die gesamte wohnung kühlschrank spülmaschine alles da steht zwar siemens drauf aber es ist nicht irgendwas sehr sehr teures oder ist es nicht deshalb normaler standard und schaut echt sehr schön aus hier haben wir das schlafzimmer ich hätte da aber was noch zu sagen ja und zwar ja also nagelneues bett natürlich ja und zwar das diese tür sollte nach außen aufgehen warum weil dann kann man hier noch ein schreibtisch herstellen und sein büro herstellen sein büro her machen das wäre wirklich nicht schlecht also diese tür nach außen auf machbar und dann aber vielleicht will ja einer das gar nicht vielleicht hat er ja nur ein laptop wo er auch hier an dem tisch da machen kann hier das bad hier das bad alles top das ist halt eine edel luxus ein luxushaus ist das ja versteht ihr vom design hier außen und auch vom sachsalt das bin ich wünsche ich werde immer älter leute ich werde immer älter wirklich aber das gute ist ihr werdet auch immer älter lüftungsschacht und ja was kann man hier noch sagen was ist das auch so dass es hier für das licht da oben das kann man noch nachträglich auch noch machen also top wohnung voll ausgestattet also mit klimaanlage und allem drum und dran zweier garantie auf alle geräte manche sachen sind nagelneu das sofa ist nagelneu bett ist nagelneu und manches ist nagelneu und wirklich sehr schön ok so viel mal von mir die arbeiter sind noch da und arbeiten gerade noch und wer lust hat für diese letzte wohnung ach ja hier kommt der größte vorteil habe ich gerade angedeutet wenn natürlich dann alle unsere kunden sind haben die zu bestimmen was für pflanzen im garten kommen wie hoch die nebenkosten sein sollen dass auch was gemacht wird was wir schon alles erlebt haben jeder hat der hier lebt hat was mit nebenkosten und hausverwalter vieles erlebt und das haben wir hier nicht das ist das gute ja das ist das gute und auch gut dass hier drei fächer sind weil sonst man gar nicht da richtig hingekommen könnte was meine ich damit ja ich könnte praktisch sagen wir möchten den pool schon ab ab juni ja manche machen erst ab juli ja oder ab mai ja und wir wollen die und die sportgeräte haben und das sind natürlich das sind natürlich wichtige gründe zum kauf einer wohnung weil ich habe schon so viel erlebt leute und internet hier hätten wir den router und mit schnellstem internet so viel ich weiß 500 megabit also 100 auf jeden fall so meine lieben also wer lust hat für diese schöne nicht mal unbedingt kleine 2 zimmer wohnung soll sich melden noch 120.000 euro noch supermärkte sind alle hier in der nähe kaffee ist alles in der nähe und der strand ist allerdings 20 minuten zu fuß mit dem auto 5 minuten 120 und nächste woche soll es 130 werden also langt so schnell wie möglich zu wer interesse hat und dann kann er hier ein wunderschönes leben starten ja meine lieben ok soviel von mir kauft mal das ganze zeug das kostet haufen geld ja also und es ist ein langen neues gebäude ihr habt fünf jahr garantie und wir haben hier was ist mit der anderen geleuchtung ist das dahinten oder was das ist fürs bad ach so das muss man noch ja es ist noch was zu machen es ist noch was zu machen das ist noch nicht angeschlossen hier zum beispiel die steckdosen müssen noch gemacht werden hier ja aber ansonsten soweit alles ok also vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten video wer lust hat für die letzte wohnung hier im haus zum verkaufen von unserer seite soll sich bitte melden und dann könnt ihr hier einziehen im hausen im hausen im hausen